Nachdenkseiten. Die kritische Website. Lügen, Leoparden und notwendige Gemetzel. Ein Beitrag von Rupert Koppold. Splitter aus dem Krieg. Die deutsche Politik und die deutschen Leitmedien haben sich so eindeutig auf die Seite der NATO und Zelenskys Ukraine gestellt, dass sie zu Propaganda-Institutionen geworden sind. Hier eine kleine Nach- und Auslese zu Panzern, PR-Agenturen und einer sogenannten Osteuropa-Wissenschaft, die schon wieder gegen die Russen in den Kampf zieht. Was russische Sprecher gesagt haben, war fast durchgängig nicht wahr, während die Aussagen der ukrainischen Sprecher weitgehend zuverlässig sind. So wird der Historiker und Ukraine-Propagandist Timothy Snyder am 12. Juni 2023 in Telepolis zitiert. Die einzige Wahrheit, die aus Russland kommt, ist die Lüge. So Robert Habeck zum Anschlag auf die Nord Stream Pipelines zitiert am 30. September 2022 vom Spiegel. Russland hatte erklärt, mit den Anschlägen nichts zu tun zu haben. Für Habeck und die deutschen Leitmedien war der Schuldige jedoch sofort klar. Saboteure der Nord Stream Pipeline sollen in die Ukraine geflohen sein. So lautet die Überschrift eines Zeit-Online-Artikels vom 25. August 2023. In der Unterzeile heißt es, Die Nord Stream-Saboteure waren laut einem Bericht vor und nach dem Anschlag in der Ukraine. Ukrainische Kräfte planten demnach zudem eine weitere Pipeline anzugreifen. Inzwischen sprechen unsere Leitmedien kaum noch von russischer Schuld. Als Täter wollen sie lieber die Ukraine sehen, denn die USA, die nach einer detaillierten Reportage von Seymour Hersh für die Sprengungen verantwortlich waren. Im November 2022 schlägt eine Rakete auf polnischem Gebiet ein und tötet zwei Menschen. Der polnische Innenminister Mariusz Kaminski sagte dazu, Für jeden von uns war der erste und offensichtlichste Gedanke, dass wir von Russland angegriffen wurden. Es drohte also der NATO-Bündnisfall. Es drohte der Dritte Weltkrieg. Dann jedoch ist klar, dass versehentlich oder absichtlich eine ukrainische Rakete eingeschlagen hat. Die polnische Zeitung Gazeta Wieborska schreibt, die polnischen Behörden hätten das früh gewusst, die Informationen aber zurückgehalten, weil die USA sich noch nicht erklärt hatten. In der FAZ vom 19. November 2022 kommentiert Thomas Gutschka, Stresstest mit Raketen. Kiew will die NATO in den Krieg ziehen. Selbst nachdem die Fakten klar sind, bleibt der ukrainische Präsident Zelensky bei seiner Behauptung, es habe sich um eine russische Rakete gehandelt. Schweineblutmorde und andere Erfindungen. Von den Toten auferstanden. Im Mai 2018, also zwischen Maidanputsch und russischer Invasion, ist der ukrainische Geheimdienst stolz auf einen Kup. Er hat in Kiew die Ermordung des kremlkritischen Journalisten Arkady Babchenko inszeniert. Mit Schweineblut. Und die Tat den Russen untergeschoben. Einen Tag später tritt das sogenannte Opfer springlebendig und grinsend vor die Presse. Man habe das machen müssen, so der Geheimdienst, um einen echten russischen Anschlag zu verhindern. Manche Journalisten sind trotzdem pikiert. Die BBC etwa meldet, die ukrainischen Behörden werden scharf kritisiert. Die Organisation Reporter ohne Grenzen stellt fest, es handele sich da wohl um einen sogenannten Informationskrieg. Oder Vergewaltigung als Waffe. Am 4. Mai 2022 meldet die ukrainische Menschenrechtsbeauftragte Ludmilla Denisova. Putin persönlich habe den russischen Besatzern befohlen, ukrainische Frauen und Kinder zu vergewaltigen. Der Spiegel übernimmt das sofort und weitet es noch aus. Russische Soldaten sollen auch Männer und Jungen vergewaltigt haben. Die Frankfurter Rundschau zitiert am 6. Juni 2022 den britischen Independent, der sich wiederum auf eine ukrainische Website beruft. Russische Soldaten vergewaltigen diese Frauen nachts, tagsüber, vor den Augen ihrer Kinder, nachdem die Russen die Ehemänner der Frauen ermordet hatten. Denisova aber hat es mit ihren Horrorgeschichten zu weit getrieben. Als einige NGOs Details wissen wollen, kann sie nicht liefern. Das ist so peinlich für die Ukraine, dass Denisova tatsächlich gefeuert wird. Sogar die sonst verlässlich ukrainetreue Publikation T-Online titelt am 28. Juni 2022 Die erfundenen Vergewaltigungen. Pikantes Detail. Denisova hatte diese Berichte offenbar von der Verantwortlichen für eine neu eingerichtete Hotline für Missbrauchsopfer. Und das war Denisovas Tochter. Mutter Denisova erklärte später, sie habe versucht, die Welt davon zu überzeugen, Waffen bereitzustellen und Druck auf Russland auszuüben. Amerikanische PR-Profis machen Geschichte. Und Geschichten. Der Fall Denisova erinnert an die Brutkastenlüge, die letztlich Auslöser des ersten US-Irak-Krieges im Jahr 1990 war. Irakische Soldaten hätten bei der Invasion Kuwaits Frühgeborene aus ihren Brutkästen gerissen, auf den Boden geworfen und sterben lassen, erklärt eine Frau namens Najira als angebliche Augenzeugen im US-Kongress. Später stellt sich heraus, dass sie die Tochter des kuwaitischen Botschafters in den USA ist und niemals in der genannten Klinik gearbeitet hat. Ausgedacht hatte sich die Brutkastenlüge, nebst anderen Lügengeschichten, die PR-Agentur Hill & Noten. PR-Profis treiben ihr Propagandageschäft auch im Ukraine-Krieg. Jörg Becker schreibt am 31. Juli 2023 in der Frankfurter Rundschau Nach einer Meldung aus der Abteilung Foreign Agents Registration Act des US-Justizministeriums, bei dem seit 1938 jede US-amerikanische PR-Agentur, die für eine fremde Regierung arbeitet, eine Genehmigung einholen muss, hatten im März 2023 allein aus den USA 25 Agenturen einen Vertrag mit ukrainischen Regierungsstellen. Becker fährt fort, zwar arbeiten viele dieser Agenturen kostenlos für die Ukraine, haben aber gleichzeitig gut bezahlte Verträge mit US-Rüstungsfirmen, für die sie sich in der Öffentlichkeit einsetzen, damit die US-Regierung mehr Waffen an das ukrainische Militär liefert. Es geht also um ein Dreiecksgeschäft. Gegenüber der Ukraine geht es um idealistische Solidarität. Gegenüber den Rüstungsfirmen geht es um knallharten Profit. Zitat Ende. Europäische Helden auf der Jagd Die Ukraine verkörpert all das, wofür die europäische Idee steht. So spricht Ursula von der Leyen am 14. Mai 2023 anlässlich der Verleihung des Karlspreises an den ukrainischen Präsidenten Zelensky. Schon bei ihrer State of the Union-Rede am 14. September 2022 in Straßburg hatte sie Zelenskys Ukraine gepriesen. Eine Nation von Helden wurde geboren. Wir verneigen uns vor einem Land europäischer Helden. Der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, so die Berliner Zeitung am 19. Mai 2023, hat zugegeben, dass Kiew hinter den Morden an prominenten russischen Propagandisten steckt. Wir haben bereits eine ganze Reihe von Menschen erfolgreich ins Visier genommen, sagte Generalmajor Kirillou Budanov in einem Interview, wie die britische Tageszeitung The Times berichtet. Dank der Berichterstattung in den Medien gab es Fälle, von denen jeder wusste. Zitat Ende Berliner Zeitung. Budanov will weitermorden. Abschaum wird irgendwann in jedem Land der Welt bestraft. Nur die Eliminierung kann eine wohlverdiente Strafe für solche Taten sein. Zitat Ende. Die Ukraine hatte vorher immer dementiert und als Täter die Russen vorgeschlagen. Wir spüren sie auf und erschießen sie wie Schweine, so titelt die Daily Mail online am 5. Oktober 2022. Es geht um die ukrainische Rückeroberung besetzten Gebietes. In der Unterzeile heißt es, wie die Ukraine brutale Rache nehmen an den Kollaboratoren, die ihre Nachbarn und ihr Land an die Russen verrieten. Das Schweinezitat stammt übrigens von Anton Geraschenko. Er ist Berater des ukrainischen Innenministeriums, war Abgeordneter im Parlament und bei der Gründung des faschistischen Asov-Regiments beteiligt. Die Daily Mail distanziert sich übrigens nicht von ukrainischen Racheaktionen. Sie berichtet eher zustimmend, ja, fast mit einer Art von Bewunderung. Geldscheffeln. Aber mit ökologisch korrekten Mordwerkzeugen. In Ruhm Östlands grandioser Filmsatire Triangle of Sadness diskutiert der US-amerikanische Kapitän einer Luxusjacht, seines Zeichens Marxist, mit einem osteuropäischen Düngemitteloligarchen und sagt, Meine Regierung hat Martin Luther King, Malcolm X, Bobby Kennedy und John F. Kennedy ermordet. Meine Regierung hat gute, ehrliche, demokratische Regierungschefs in Chile, Venezuela, Argentinien, Peru, El Salvador, Nicaragua, Panama und Bolivien gestürzt. Zusammen mit den Briten haben wir den Nahen Osten zerlegt und dabei künstliche, geografische Grenzen gezogen und Marionettendiktaturen installiert. Der Kapitän fährt fort. Der Krieg selbst wurde zu unserer lukrativsten Industrie. Bei jeder abgeworfenen Bombe verdient jemand eine Million Dollar. Dieser Jemand ist manchmal mit Namen auszumachen. Die Berliner Zeitung schreibt zum Beispiel über die neue Hochstimmung bei einem deutschen Rüstungskonzern. Mit der Zeitenwende und dem Krieg in Europa hat auch für Rheinmetall eine neue Ära begonnen. Allzeithoch beim Ergebnis. Rekord beim Auftragsbestand. So Vorstandschef Armin Pappberger im Geschäftsbericht 2022. Zitat Ende. Die Selbstbeschreibung des Konzernes lautet übrigens so. Rheinmetall ist ein integrierter Technologiekonzern für umweltschonende Mobilität. Bis 2035 wollen wir CO2-neutral sein. Da freuen sich schon heute Umwelt und Tierwelt. Unter dem Schutz des Sperregebietes, auf dem Schießplatz herrschen strengste Sicherheitsmaßnahmen, siedeln immer neue Arten an. Der Donner der Kanonen schreckt die Tierwelt nicht. Noch einmal ein Zitat des juwialen Rheinmetallmanagers Armin Pappberger, diesmal aus einem Interview mit der Stuttgarter Zeitung vom 23. September 2022. Die will von ihm wissen, was er von den Demonstrationen gegen seinen Konzern hält. Pappberger antwortet sehr demokratisch. Ich kenne das gar nicht anders als bis Demos bis fast vor die Tür. Ich bin froh darüber, dass wir in einem Land mit Meinungsfreiheit leben. Wenn einer demonstrieren möchte, dann soll er demonstrieren. Ich habe vollstes Verständnis dafür. Ich habe nur kein Verständnis, wenn diese Menschen zerstörerisch werden. Zitat Ende. Denn das fachgerechte Zerstören, das muss man schon den Profis von Rheinmetall überlassen. Masters of War oder die Drohnen des Herrn Ischinger Wolfgang Ischinger, Ex-Diplomat und graue Eminenz der deutschen Außenpolitik, der sich als langjähriger Chef der Münchner Sicherheitskonferenz so staatsmännisch neutral gab, war und ist Repräsentant der Beratungsfirma Agora und hat Aktien der Waffenschmiede Hensoldt, für die er auch im Aufsichtsrat sitzt. Laut dem Journal Politico vom 16. Februar 2022 und dem Spiegel vom 19. Februar 2022 bot der Waffenhändler und Rüstungslobbyist Ischinger bei der Tagung Stille Räume für Deals mit Saudi-Arabien, Ägypten oder Katar an. Er selber hat öffentlich als Militärexperte etwa für die Ausstattung der Bundeswehr mit bewaffneten Drohnen plädiert. Hensoldt stellt solche Drohnen her. Nochmal zurück zum Film Triangle of Sadness, in dem ein älteres britisches Ehepaar so wohlerzogen, so gutbürgerlich von einem Mitreisenden gefragt wird, wie es sein Geld verdiene. Der Mann, der Winston heißt, sagt, Nun, unsere Produkte werden dazu benutzt, die Demokratie auf der ganzen Welt aufrecht zu erhalten. Dann spezifiziert er, Unser bestverkauftes Produkt ist die Handgranate. Als die Jacht von Piraten überfallen wird, landet auf dem Deck eine Handgranate. Clementine, die Waffenhändlerfrau, hebt sie auf und spricht freudig, erstaunt ihre letzten Worte. Schau mal, Winston, ist das nicht eine von uns? So passgerecht geht es auf der Welt nicht immer zu. Einiges bleibt Wunschdenken. Wie zum Beispiel in Bob Dylans 60 Jahre alten Song Masters of War. Dylen beginnt mit der Berufsbeschreibung eines Rüstungsprofiteures. You that built the big guns. You that built the death planes. You that built all the bombs. Und erklärt dann, dass so ein Meister des Krieges sich zwar hinter seinem Schreibtisch verstecken könne, er ihn aber durchschaut habe. You that never done nothing, but built to destroy. You play with my word. Like it's your little toy. All das eingesackte Geld könne ihn aber nicht ihre Seele zurückkaufen, singt Dylen. In der letzten Strophe äußert er eine Hoffnung, von der wir uns natürlich distanzieren, die aber in Triangle of Sadness in Erfüllung geht. And I hope that you die and your death will come soon. Streichelzoo mit Leoparden Die Bundeswehr führt die Tradition der Wehrmacht fort. Zur Nazi-Zeit schossen Panther, Tiger und Löwen aus allen Rohren. Heute ist es der Leopard. Und es geht auch wieder gegen die Russen. Wie das vor allem unsere grünen Politikerinnen freut. Auch die Außenministerin Annalena Baerbock wird anlässlich der Verleihung des Ordens wieder den tierischen Ernst laut Fokus von 5. Februar 2023 ganz übermütig. Ich habe lange überlegt, was meine Verkleidung angeht, sagte Baerbock. Die Verkleidung als Leopard schied aus. Sie habe Sorge gehabt, dass das Kanzleramt keine Reisegenehmigung erteile, sagte die Außenministerin mit ironischem Ton. Sie trug einen schwarzen Hosenanzug und die Narrenkappe. Baerbocks Parteikollegin, die Bundestagsabgeordnete, Sarah Nanni aber. Sie hat Friedens- und Konfliktforschung studiert. Sick! Die traut sich. Sie twittert nicht nur Free the leopards, just do it! Sondern führt im Parlament auch ein Leopardenswetschert vor. Leopardenmanie auch im diplomatischen Dienst. Anker Feldhusen, bis Juli 2023 deutsche Botschafterin in der Ukraine, streichelt am 22. März 2023 auf Twitter einen Plüsch-Leoparden-Panzer und schreibt dazu Die infantile Verspielzeugung unseres deutschen Mordgerätes zeigt sich auch auf einem wunderbaren Bild, das im Schrifttext verlinkt ist. Auf dem der Verteidigungsminister Boris Pistorius seinem ukrainischen Amtskollegen einen Miniatur-Leoparden-Panzer im Plexiglas übergeben hat. Und beide strahlen um die Wette. In Afrika freilich wird deutscher Panzerhumor nicht verstanden. Als das Auswärtige Amt im Januar 2023 twittert, dass der russische Außenminister Sergej Lavrov nicht nach Afrika gereist sei, um Leoparden zu sehen, sondern um Lügen zu verbreiten und dies mit einem Leoparden-Emoji garniert, beschwert sich die Afrikanische Union. Das Auswärtige Amt publiziere entsetzliche Klischees, sehe Afrika wohl noch immer als Safari-Kontinent und nehme das Land und Leute nicht ernst. Übrigens, es gibt keine deutschen Waffen in der Ukraine. Das beteuerte Arne Kolatz, Sprecher der Bundeswehr auf der Bundespressekonferenz vom 10. Juli 2023 und erklärte, es gibt ukrainische Waffen mit deutschem Ursprung. Da sehe ich völlig andere Verhältnisse. Das Bellen der NATO vor Russlands Tür Die Story des Ukraine-Krieges ist die Story von der Osterweiterung der NATO. Das ist es in einem Satz. Das erklärte der renommierte Ökonom Jeffrey Sachs in einem Videogespräch mit der Canadian Foreign Policy Institute. Dieser Krieg hätte vermieden werden können, so Sachs, der die Maidan-Ereignisse als Putsch bezeichnet. Aber denen in Washington seien die Toten egal. Und weiter, man stelle sich bloß vor, Mexiko und China schmieden eine militärische Allianz. Da würde die US-Regierung auch nicht sagen, das ist deren Wahl. Das Bellen der NATO an Russlands Tür habe die russische Invasion in der Ukraine zumindest mitverursacht, sagt Papst Franziskus im Mai 2022 der Zeitung Corriere della Sera. In der Süddeutschen Zeitung oder in der Stuttgarter Zeitung wird aus diesem Interview zitiert. Allerdings nicht der Satz zur NATO-Ostexpansion, sondern nur First things first, dass der Papst Knieprobleme hat. Henry Kissinger war und ist wohl noch immer zu allen Schandtaten bereit, wenn sie den USA Vorteile bringen. Aber er ist auch Realpolitiker, der in einem Gespräch mit der belizistischen Zeit vom 25. Mai 2023 die Interviewer überrascht. Ich bin übrigens nicht der Meinung, dass alle Schuld bei Putin liegt. Ich habe schon 2014 in einem Aufsatz ernste Zweifel an dem Vorhaben geäußert, die Ukraine einzuladen, der NATO beizutreten. Damit begann eine Reihe von Ereignissen, die in dem Krieg kumuliert sind. Kissinger sagt weiter, ich glaube nicht, dass Putin Atomwaffen einsetzen wird, um seine Eroberungen in der Ukraine zu verteidigen. Aber je mehr es um den Kern der russischen Identität geht, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass er es tut. Wenn sich die Krise weiter zuspitzt, geraten wir in eine Lage wie vor dem Ersten Weltkrieg. Dann führt irgendein absurdes Ereignis unaufhaltsam zur Eskalation. Zitat Ende. Auch der im August 2014 verstorbene Journalist Peter Scholler-Tour, Dorian des Auslandsjournalismus und Russlandkenner, kritisierte bis zuletzt den westlichen Konfrontationskurs. In seinen Worten, eine Fehlentscheidung historischen Ausmaßes. War gegen die NATO-Osterweiterung und konnte über bevorstehende Sanktionen nur den Kopf schütteln. Noch im Frühjahr 2014 sagte er, zitiert nach der Westen vom 29. April 2022, Man spielt kalter Krieg auf einmal. Man redet von Sanktionen, was für Europäer völlig blödsinnig ist. Wir würden mehr unter den Sanktionen leiden als die Russen. Die kindische Kriegerin und ihre Prognosen. Außenministerin Annalena Baerbock weiß es besser. Sie gibt sich nach den Sanktionen des Westens im Februar 2022, denen viele andere vorausgingen, siegessicher. Das wird Russland ruinieren. Am 24. August 23 beschreibt der Spiegel, Baerbock zeige sich ernüchtert, weil die russische Wirtschaft jetzt besser darstünde als die deutsche. Laut IWF-Konjunkturprognose vom Jahr 2023 ist Deutschland Schlusslicht mit minus 0,3 Prozent. Russland dagegen wird 1,5 Prozent Wachstum prognostiziert. Baerbock jedoch hat eine Erklärung. Eigentlich hätten wirtschaftliche Sanktionen wirtschaftliche Auswirkungen, das ist aber nicht so. Weil eben die Logiken von Demokratien nicht in Autokratien greifen. Der vom Spiegel zitierte Satz stammt aus einem Interview, das Baerbock im Juli 23 für Stefan Lambis Buch Ernstfall Regieren in Zeiten des Krieges gegeben hat. Die kindische Kriegerin Baerbock, die sich in einem finnischen Bunker mal mit einem Himmel- und Hölle-Hüpfspiel vergnügte, sagte im Lambi-Buch auch, Wir haben erlebt, dass mit rationalen Entscheidungen, rationalen Maßnahmen, die man zwischen zivilisierten Regierungen trifft, dieser Krieg nicht zu beenden ist. Muss man also zu unzivilisierten und irrationalen Maßnahmen greifen? Aber hat man dies nicht längst getan? Doch Baerbock und Co. können noch so dumm daher schwatzen, sie finden stets ihnen wohlgewogene Medien. Renate Dillmann resümiert am 5. Juni 2023 Mit ihrer parteilichen und moralisierenden Berichterstattung tun JournalistInnen alles dafür, eine loyale Heimatfront herzustellen. Faktizität, Rationalität, Kontroversität und Logik werden von den Medienschaffenden in Kriegszeiten geopfert für die sogenannte gute Sache. Und Helmut Scheben schreibt in seinem Artikel der Krieg und die Leitmedien in Emma vom 23. Juli 2023. Und wenn ein Damm bricht, der russische Verteidigungsstellungen und ein von Russland besetztes Gebiet weitgehend überschwemmt, dann finden alle deutschen Talkshows unverzüglich Experten, die wissen, dass es die Russen waren, die den Damm zerstört haben. Wie es auch die Russen sind, die sich selbst in einem Atomkraftwerk beschießen, welches sie besetzt halten. This is the time's plague when madmen let the blind, heißt es bei Shakespeare im King Lear. Frau Davies schickt Herrn Habermas ins Bett. Eine der größten Belizisten sitzt im Auslandsresort der Taz. Er weiß nach der Staudamm-Sprengung sofort, dass es die Russen waren und befiehlt. Die Antwort darauf kann nur lauten, jetzt erst recht. Die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen und das Putin-Regime muss verschwinden. Es gibt keinen Weg zurück. Forschungslücke Deutschland versteht zu wenig vom Krieg, so betitelt Spiegel Online am 1. Mai 23 einen Artikel, der die zu geringe Zahl von Militärexperten bemängelt. Wenn man sich in deutschen Medien umschaut, sind es allerdings eine ganze Menge. Zum Beispiel die Hardliner Christian Möllich oder die im TV extrem präsente Claudia Major, die auch zusammen Bücher schreiben. Mölling sagte am 31. Januar 23 bei NTV, dass es nicht so schnell zu einem Verhandlungsfrieden kommen werde. In der Konsequenz ist dieses Gemetzel, der Tod vieler tausend Menschen, notwendig. Das sagte der Vizedirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Wenn die Ukraine dann irgendwann gewonnen habe, sehe Deutschland freilich alt aus, denn in der Ukraine wachse gerade eine heroische Gesellschaft heran, die später einen Mythos des Sieges vertreten werde. In Deutschland, das ich im Zweiten Weltkrieg nicht selbst befreit habe, sorge das für eine doppelte Beschämung. Zitat Ende. Da wären auch noch natürlich alles Transatlantiker, die Experten Florence Gaub, die Russen nicht für Europäer hält. Nico Lange, der den Aufsatz Frieden schaffen mit deutschen Waffen geschrieben hat. Carlo Masala von der Bundeswehruniversität, der die Verwendung geächteter Streumunution für notwendig hält. Und Gustav Kressel, der immer und sowieso für Aufrüstung ist. Und nicht zu vergessen die Experten von der deutschen Osteuropa-Forschung, zum Beispiel Klaus Gestwa, Direktor des Institutes für osteuropäische Geschichte und Landeskunde an der Uni Tübingen, der laut Stuttgarter Zeitung vom März 23 Klartext gegen Putin redet, sein Büro und den Flur mit Ukraine-Fahnen und Fotos geschmückt hat und stolz darauf ist, jeden Tag aus zehn Anti-Putin-T-Shirts auswählen zu können. Gestwas-Kollegin, die in München rumrüpelnde, pardon, forschende Osteuropa-Historikerin Franziska Davies, hat den sich für Verhandlungen aussprechenden Essay von Jürgen Habermas, der am 14. Februar 2023 erschienen, einen Tag später auf Twitter so kommentiert. Das Problem, SICK, ist nicht der dämliche Text von Habermas. Das Problem ist die SZ, die den Schnodder abdruckt. Frau Davies twittert Habermas dann noch hinterher, Zeit ins Bett zu gehen. Alte Kameraden, die Feindforschung ist wieder obenauf. Ach, diese Osteuropa-Forschung. Kein ernstzunehmender Wissenschaftler wollte sich mehr mit dieser abseitigen und rückständigen Regionaldisziplin befassen, so schreibt Wolfgang Michael am 6. April 23 im Freitag. Seit dem Ukraine-Krieg aber dominierten deren Waffen fordernde Vertreter Talkshows, Thinktanks, Netzwerke und Podiumsdiskussionen. Ob sie nun Franziska Davies Heißen oder Karl Schlögl, Anna-Veronika Wendland oder Andreas Umland, Gwendoline Sasse oder Jan-Klaas Behrens, Klaus Geestwa oder Julia Herzberg. Sie werden gerne gebucht, denn sie gebärden sich nicht wie die langweiligen Bedenkenträger, sondern führen oft das große Wort, teilen aus, fahren aus der Haut und kämpfen nicht selten mit Kraftausdrücken und beleidigenden Vorwürfen für ihre sogenannte gute Sache, schreibt Wolfgang Michael und vollzieht die Historie der stets gegen Russland gerichteten Disziplin nach, die sich im Kaiserreich etablierte und im Dritten Reich, etwa durch Reinhard Gehlens Nazi-Geheimdienst Fremde Heere Ost, zur Hochform auflief. Auch im Kalten Krieg waren die nur oberflächlich entnazifizierten und sofort wieder netzwerkenden Kameraden mit ihren Verbindungen, etwa zu Stepan Banderas faschistischer UUN, sofort wieder tätig. Akademische Frontkämpfer, so Michael, von denen einer den anderen nachzog. Und jetzt ist diese Feindwissenschaft, die sich als Osteuropa-Expertise tarnte, schon wieder oben auf. Was in den meisten Martin-Walser-Nachrufen gefehlt hat? Der am 26. Juli 2023 im Alter von 96 Jahren verstorbene Autor war gegen Waffenlieferungen an die Ukraine und einer der Erstunterzeichner eines offenen Briefes vom 29. April 2022 an Bundeskanzler Scholz. Hier sei noch angefügt Walsers Kurzgedicht das Endspielspiel aus dem Jahr 1974, das sich sehr aktuell anhört. Spielraum Wenn du nachsagst, was dir vorgesagt wird, darfst du sagen, was du willst. Ergreifend ist das Erlebnis der Meinungsfreiheit. Jeder Versprecher weckt die Verbote. Ein kleiner Nachtrag. Die christliche Ukraine hat uns eine neue Heilige beschert. Sie St. Javeline bitte googeln Sie und sieht aus wie eine Madonna, die jedoch statt des Jesuskindes einen Raketenwerfer trägt. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie unter www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.